So Leute, willkommen zurück zu einem neuen Rocket League Video und heute mal mit einem anderen Teammate, wie es hier ist, mit dem lieben Joris aka Klayer Hadi. Hi. Er ist außerdem ein Ticken besser als ich, I would say. Und ich würde sagen, wir nehmen heute mal zwei Runden auf, würde ich sagen, ne? Ich würde mich auch ein bisschen hochpushen lassen. Doch schon zwei, oder? Das ist halt so meine Render-Sachen angezeigt. Man! Ja, in der Aufnahme angemacht. Geil, Mann. Achso, toll, du hast junge Zuschauer, ne? Bin ich natürlich ganz nett jetzt. Junge Zuschauer. Wetter ist schön drin. Ich höre da einen Vogel zwitscheln. Komm. Guter Schuss. Ich war auf dem Weg. Meins. Ja, meiner. Jo! Alles. Geist du los, du schimmst. Jo! Alles. Alles. Oh, nein. Wow. Das ist so viel Glück. Oh mein Gott. Skill. Absolute Eskalation. Schöne Vorlage. Guter Pass. Kein Ding. Also nein, nicht von dir. Von dem. Ich weiß. Bam. Also. Alter, ist das skillig. Das Tor ist skillig im Wort. Keine Ahnung. Alter, die sind so kacke, ne? Was tut der? Oh mein Gott. Das war so ein Deny. Hoffentlich passiert das jetzt nicht das gleiche Grad wie bei der 3-0-Führung. Ich sag's so. Aber wir haben's doch noch gewonnen am Ende. Achso, ich dachte, das war ne Frage. Das ist ja wieder ein richtig geiles Tor. Was für ein Spielzug. Das sag ich auch, wenn ich als kleines Kind damals meine Eisenbahn ausgepackt habe. Was für ein Spielzug, Alter. Das ist so kacke. Jawoll, Junge. Währenddessen mache ich das Tor. Trotz. Die Lindebötzen. Oh, da geht. Jetzt geht's auf, ihr Flaschen, Alter. OptiFight. Da ist er doch. Spätestens hier. Oh. Da ist der Freutgang, Alter. Die Vorlage, der Schuss. Ehre. Ab jetzt. Schuss. Ehre genommen. Ja, ey. Wir haben noch schon eine. Ah. Komm, hast du, hast du, komm. Ah. Oh. Ja. Ja. Wow. Danke. Finally. Ich glaube, ich habe meinen Kühlschrank ein bisschen zu kalt eingestellt. Ich habe heute meinen. Was ein Vorrat. Aua. Alter, der Nis hat wehgetan. Aua, what the fuck. Der hat richtig wehgetan. Richtig. Mitte. Ja. Mitte. Ecke. Komm. Komm. Lamborghini. Run. Jetzt komm, mach ihn. Ja. Alter. Hätte ich den nicht mehr reingemacht, dann hätte ich wirklich aufgegeben. No joke. Ich hätte auch dein Spiel abgebrochen, hättest du nicht aufgegeben. Schnell vorgelegt. Boah, zuglück kam ich da irgendwie noch ran, Alter. Ich war da so, ich bin da so kacke hingefahren. Warte, ich muss ein bisschen Zeit rausschimpfen. Ach, das war gar nicht so lang. Komm, hast du. Bomm, Junge. Da ist der Sieg, so gut wie sie. Ja. Was? Das bin ich. Ja, ist eh Wayne. Do it, Wayne. Easy. кор audio noted. bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. ov